Willkommen Leute zu ner weiteren Folge Command Factory, heute mit Monkex. Hallo. Ja, und er ist nicht auf dem Server, aber wir haben grad Mini-CA aufgenommen, da dachten wir, dass wir hier noch ein bisschen weiter aufnehmen können, während ich hier sowieso noch farmen muss. Und ja, mal schauen. So. Du warst ja auch ne Zeit lang in der Gruppe sogar, ne? Von unserem Projekt. Ja, glaubt schon. Genau. Ja, kann sein. Aber letztens hat Nekro dich dann raus, äh, oder entfernt, weil du ja nicht dabei bist. So, ich brauch hier unbedingt Essen, ich hab kaum noch was. Spielst du jetzt eigentlich noch Mini-Craft Attack oder spielst du auch was anderes? Ich bin grad noch bei Mini-Craft Attack. Okay. Machst da deinen Aufzug? Ich bin grad dabei. Oh. Der ist fast fertig. Oh. Und was kommt dann oben hin? Turm. Oh, nice. Ich hab's irgendwie mit Turm. Hm, stimmt. Mag Turm und Turm. In Mini-Craft Attack 2 ja auch schon. Hm. So. Ich glaub, ich farme ein paar Bäume. Das ist wirklich die beste Quelle zum Essen erstmal. Essen-Grundstück ist denn das hier? Ne, Krug. Ich nage auch gerne an Essen. Okay. Aber nicht normal essen. Okay. Nur nagen. Ja, nur nagen. Ja, das ist immer das Beste. Ja, sonst kratzt das so im Hals, ne? Ach ja. Es darf nur nichts hier überraschend kommen. Ich hab nur anderthalb Herzen. Oh. So. Oh, toll. Jetzt hab ich nicht mal meine Axt. Hauptsache, ich hab irgendwie 20 Stacks Holz gefühlt. Ich geh jetzt auch zum anderen Spiel. Okay. Und welches? Formel 1. Oh. Hätt ich ja wissen müssen. Ja. So. Spielst du eigentlich auch Supreme Commander? Ne. Weil Martin das immer spielt. Ich hab ja. Ne, ich mag diese Strategie-Spiele nicht so. Ach so. Ja, ich find's schön. Ich kann jetzt endlich ein Spiel von vor fünf Jahren auf den höchsten Grafikeinstellungen spielen. Hm. Sonst muss ich die auf den niedrigsten spielen. Hast du jetzt einen neuen PC? Ne, neue Grafikkarte. Ach so. Oh, hier ist auch schon ein Apfel. Sehr gut. Ich hoffe mal, man hört das Lenkrad nicht zu sehr. Ne, man hört's eigentlich nicht. Bis jetzt. Hast ja auch ein neues Mikro, ne? Ja, neues Headset. Insgesamt. Headset. So. Dann hier noch. Ich hoffe, Necruc hat nix dagegen, wenn ich die Bäume hier wegklaue. So. Ich kann sie halt dann neu setzen. Bisschen krass sogar. Sessions. Hm. Nein. So. So. Oh, schmierde ne Nachricht. Martin Storms. Bin jetzt Payer. Hm. Ich geh mal auf Beschäftigt. Damit die Zuschauer nicht denken, dass die ganze Zeit ihr Skype geht. Hm. So. Ah, Rennstreit. Äh, es dauert ja ewig, bis die D-dropped sind, die ganzen Laubdinger. Das ist nicht so geil. Oh. Und vor allem, wenn du dann immer wegläufst, dann jedes Mal vergisst du da wieder hinzulaufen, den Rest einzusammeln. Das ist bei mir immer so. Das war schon vor fünf Jahren mein Problem. Mensch, schon vor fünf Jahren sogar. Warum endest du es dann nicht? Weil, es geht einfach nicht. Ich versuch's immer, aber ich... merk's mir irgendwie nie. So. Irgendwie find ich die Welt auch noch ziemlich verwirrend, weil er so gleich aussieht. Ich find aber mein Grundstück nicht. Naja, wird aber schon noch gehen. Ist ja erst die dritte Folge. So. Die hier werd ich jetzt nicht nachpflanzen. Die stehen hier so am Abgrund. Ich hol mir mal ein bisschen Glas. Necrog hat ja welches gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich welches hatte. Nee. Da muss ich mal kurz runter. Roten Sand formen. Okay. Ich könnte ja auch mal so eine Timelapse machen. Wenn ich jetzt nur Roten Sand abbaue. Ich muss mir dann auch mal die ganzen Commands angucken. Wie das funktioniert. So. Ich glaube, ich hab genug. Jetzt hab ich vergessen, hochzuschalten. Oh. Ach, das musst du auch. Ja. Ich war gerade im Zweikampf mit meinem Teamkollegen. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Oder wir wissen Abstand. So. Dann erst mal hier rein. Ja, und dann heißt es warten. In der Zeit gucke ich schon mal vor zu den Command-Blocks. Mal sehen, was es da so gibt. Steht das hier dabei? Ja, da stehen die Rezepte. Multitask-Drones, achso. Was haben wir hier noch so? Extra Utilities. Okay. Kann ich ja mal ausprobieren. Barriers, Drop. One Obsidian, ach du Scheiße. Hier kannst du ja aktivieren. Das sollen wir auch immer machen, hat Nekro geschrieben. So, hier kannst du es aktivieren. Okay. Ja, Obsidian und so habe ich natürlich noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Hm. Dann mache ich das mal wieder aus. Man merkt doch schon, es leckt oder es ruckelt. Das ist dann besser. Ah, hier nochmal erklärt. So, was ist das hier noch? Mining Drills. Achso, ja. Okay. Okay. Ach, ich glaube, das sind alles teurere Sachen. Ich weiß nicht, was jetzt hier von gut für ein Anfang wäre. Drop on Ground, Leads. Hm. Ja, müsste man dann eben gezielt farmen, das Zeug. Okay. Ja, werde ich dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen mal machen. Dann muss ich mal Offscreen gucken. Ähm. Also nur die Command-Maschinen. Man soll ja nicht so viel Fortschritt Offscreen machen. Und ja. Dann mal schauen. So, jetzt ist bestimmt das Glas fertig. Naja. Geht so. Habe ich irgendwo eine Workbench? Hä, nee. So. Achso, ich hatte eine hier unten. So. Das reicht dann auch erst mal. Und dann hier noch. Und ja. Dann hätten wir das schon mal. Die zweite Etage mache ich dann auch später noch. Aber. Farmen wäre auch erst mal wichtig. Mal sehen, was ich dann mache. So. Ja, nehme ich erst mal eine Oak Door hier. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen von der Folge. Ich verabschiede mich. Schaut bei Lucas Survive vorbei. Und dann tschüss. 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 Tschüss.